Also es läuft immer so ab, dass man Sachen mitbringt von daheim, die man nicht mehr wirklich anzieht, die man übrig hat im Kleiderschrank und dafür neue Sachen, die da getauscht werden, sich mit daheim nehmen. Also es ist nicht quasi so ein Oberteil gegen die Hose oder so irgendwie, also es muss nicht verhandelt werden, sondern man nimmt einfach frei, was man brauchen kann. Ich habe das damals in Berlin einmal gesehen und davon gelesen, dass Personen im eigenen Umkreis eigentlich das immer schon gemacht haben. Früher hat man einfach den Geschwistern die Kleider mitgegeben, die man halt nicht mehr tragen hat können und jetzt hat man es einfach mit Freundinnen manchmal umtauschen und warum das nicht aus diesem privaten Setting herausnehmen und das auch öffentlich machen. Also ich bin da, weil es jedes Mal voll Spaß macht und man immer voll viele Kleider findet, die hören ihm dann noch fallen und passen. Ich habe schon mehrere Sachen gefunden. Kleider habe ich jetzt gerade da, was ich noch einmal abprobieren will. Es ist aber schon ein Blazer, also bin ich schon sehr fündig geworden.